Ey yo Leute, was geht? Heute zocken wir das Game Bad Guys at School und nehmen eine komplette Schule auseinander. Dafür haben wir halt ein paar Items wie Feuerzeug, Böller, Baisy, Hulk, Moment mal, Hulk und noch viele andere Items. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Oh Junge, Alter, der wird irgendwie umgeboxt. Oh mein Gott. Der hat gar nichts gemacht. Diese Videos machen deutlich, mit welcher Wut Jugendliche in Deutschland aufeinandertreffen. Oha, wenn du jemanden verprügelt, kriegst du einfach Geld. Ja, let's go, Alter. Bist du das oder nicht? Ich werde gar nicht klagen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Digga, pack die scheiß Kreide weg. Hilf mir, Mann. Tu doch die Kreide weg. E-Drücken bei Sachen, die du denkst. Oh was? Oh mein Gott. Warte. Du kommst mit. Ja, ihr Lieben. Ja, oh was? Oh mein Gott. Ey, ey, Thomas, Thomas. Bleib da stehen, bleib da stehen. Fang. Siehst du das? Ich seh's, ich seh's. Arme Melissa. Gelb. Okay, den nehmen wir mit, Alter. Die gönnt jetzt uns. Frauen sind wie Hunde. Und das meine ich nicht abwärmend. Ich bin so krank, Alter. Oh, was? Mal keine Autos fahren. Oh mein Gott. Alter, wie geil. Fertig bei dir rein? Ja, versuch mal. Oh shit. Ehrlich, ich mach hier gerade eine 3-Punkt-Wendung. Ich mach hier mal. Ehrlich, ich war noch nie so gut im Autofahren. Oh, oh, oh. Nicht bestanden. Oh shit, Digga. Oh Gott. Ja, warte. Jetzt fahr los. Los geht's. Auf in die Welt. Oh mein Gott. Alles funktioniert? Es funktioniert wirklich. Oh, nein. Ich bin hier. Nein, das kann man nicht fahren. Das kann man nicht fahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, ein bisschen vorbei. Platz machen hier. Okay, der ist tot. So, warte mal. Da hinten ist die 3, die haben von mein Essensgeld abgezogen. Oh, oh. Warte, warte. Nimm den hier, nimm den hier. Nimm ihn, nimm ihn. Vorsicht. Sie erleben nun eine echte Katastrophensendung. Oh shit, der ist übel am Leiden, Alter. Warte, schau mal ins Lopf, wie es tut. Ich sehe es, der ist übel verpackt. Der Junge ist ziemlich tief da unten. Ich glaube, hier brauchen wir... Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hast das falsche Haus, Fynn! Oh mein Gott, Digga. Du gehst da unten. Ich würde da mal... Wenn du auf diesen Vorsprung kommst. Oh, ich bin... Oh, ich dachte, ich bin schon festgebracht. Äh... Alter, irgendwie ist das ein bisschen... Was ist das hier? Oha. Oha, Gravity Weapon. Hier, komm mal her. Warte, kannst du ihn nochmal... Äh... ...nochmal so hoch... ...dinsen? Ja, hier ist er. Ja, warte. Oha, okay. Okay, okay. Hier gibt es den hier voll viel, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, warte, warte. Das ist sick. Alter, wie chillig. Es gibt die Football-Felge. Ja, ja. Jetzt sieht man auch alles, gell. Also, da hinten ist die Rakete. Die können wir ja auch gleich... Ich geh jetzt da hin. Ich probier das aus, gell. Use the lighter to launch rocket. Ja, geht doch safe auch mit einem Firecracker. Warte, ich werfe einfach... Ich will schauen, was sich anzugen lässt. Oh mein Gott. Was passiert jetzt? Oh shit, Digga, ist das hell. Was? Ich bin Hulk? Oh, was? Komm mal mit, komm mal mit. Siehst du diesen Bus hier? Alter. Jetzt ist er nicht mehr da. Siehst du dich hier? Warte, warte. Der Hund ist mit Jokes. Ja, genau. Das ist der Laden. Das ist der Laden. Da hab ich dich hingeschmissen. Oh shit, ich könnte mir vorstellen, dass es da richtig geilen Scheiß gibt. Glaub ich auch. Ich glaub, da kriegen wir das Feuerzeug her. Der Feuerzeug? Oh, ja, ich hab 10 Euro. Pömpel, äh, Ding. Gekauft. Firework, shit, Alter. Gekauft. Ich hab einfach alles gekauft. Wer leben will wie ein König, muss auch bezahlen wie ein König. Also, erst mal noch so ein bisschen schlagen. Dann lässt du dich schlagen, weil er denkt, er hat die Oberhand, okay. Und dann? Dann gepackst du einfach das fucking Feuerzeug raus. Ja, ich denke, wir müssen wieder back to the basics, Alter. Warte. Weißt du, hier droppt einfach Manny so aus dem Nichts. Der ist wild. Alter. Der ist einfach weg. Oh, warte, nehm ich mal, während ich ihn nehm. Geht das? Oh, was? Oh, 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 oh. Hey, du, du bist endlich awake. Ich komm mal aufs Fútbolfeld, ich will dir was zeigen. Ich muss grad ne Idee gehen. Digga, du hast dir über das Feld geworfen, der ist auf der Straße gelandet. Was? Vielleicht musst du... Unten drunter? Nee, das geht nicht. Warte. Vielleicht so? Wo bist du grad? Na, ich versuch mal hier nach links zu fliegen. Hier ist ein Pferd nämlich. Ein Pferd. Oh. Nein, 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 nein! Oh, was für ein Safe! Oh mein Gott! Hier ist einfach ein Keller. Willst du mitkommen, oder? Ich bin unter der Map. Ich lebe und ich bin unter der Map. Geh mal vorne beim Schulhof raus. Und zwar da, wo der Brunnen ist, der eine. Okay, du musst sagen, ob du die Effekte spürst. Warte. Komm mal runter. Ja, ja, bleib dir stehen. Oh shit, welches Park. Digga, wie siehst du aus? Jo, was ist mit dir? Du hast mich geflattet, alter. Ich merk's.